Jo Leute, jahrelang waren AMD und Nvidia allein auf dem Gaming-Grafikartenmarkt. Konkurrenz? Tja, Fehlanzeige. Das könnte sich aber 2022 endgültig ändern. Denn mit Intel betritt der dritte Player die Spielfläche und buhlt um die Gunst von euch da draußen, also den Käufern. Zur Architektur der Intel Arc Alchemist getauften GPUs gibt es schon etliche offizielle Informationen. Bezüglich Performance, Leistungsaufnahme und den Preisen aber bisher nur Gerüchte. Die habe ich euch alle in diesem Video zusammengefasst. 2022 dürfte es auf dem Grafikkartenmarkt so spannend werden wie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Nvidia und AMD bekommen ordentlich Konkurrenz. Denn Chip-Gigant Intel will ein Stück vom Kuchen abhaben. Tatsächlich ist das nicht mal Intels erster Gehversuch im GPU-Segment. Denn bereits 1998 kam unter dem damaligen Codenamen Auburn mit dem Intel 740 schon die erste diskrete Grafikkarte von Team Blau auf den Markt. Was? Ihr habt noch nie von Intel 740 gehört? Na, wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Denn auch wenn die Leistung für damalige Verhältnisse eigentlich ganz okay war, fand der Grafikchip eigentlich keine große Verbreitung. Der Nachfolger Intel 752 war dann auch keine diskrete Grafikkarte mehr, sondern nur noch eine Grafikeinheit, die im Chipsatz i810 integriert wurde. 24 Jahre später soll jetzt die Intel Arc getaufte GPU-Sparte alles besser machen. Intel CEO Pat Gelsinger sagt in einem mit dem View sogar folgendes. Mit unserer GPU-Architektur werden wir Nvidia jetzt zum ersten Mal wirklich unter Druck setzen können. Das ist jetzt nicht nur eine Ansage an Nvidia, sondern natürlich auch an AMD und klingt für mich persönlich jetzt erstmal recht ambitioniert. Kommt gerade für Gamer jetzt natürlich auf jeden Fall zur richtigen Zeit. Denn mehr Konkurrenz und ein breiteres Angebot sorgt im Regelfall dann auch für niedrigere Preise. Und wenn ich ganz ehrlich bin, danach sehen wir uns doch alle schon seit langer, langer Zeit. Intel selbst hat übrigens schon einen groben Release-Zeitraum genannt, und zwar das erste Quartal 2022. Laut dem YouTube-Kanal Moore's Law is Dead gilt das aber wohl nur für die mobilen Alchemist-Grafikkarten. Die Desktop-GPUs sollen laut dem Leaker erst im zweiten Quartal nachfolgen. Neben dem Datum zeigte der YouTuber in seinem Video übrigens auch schon Renderings, wie jetzt ein mögliches Referenzdesign von Intel aussehen könnte. Aber auch bis zum zweiten Quartal 2022 ist es ja nicht mehr so lang hin, also allzu lange müssen wir uns bis dahin nicht mehr gedulden. Das ist auch übrigens deutlich früher als jetzt ein möglicher Release von RTX 4000 und RX 7000. Die sollen nämlich voraussichtlich erst so gegen Ende 2022 bis Anfang 2023 kommen. Über die kommenden Grafikkarten-Generationen von Nvidia und AMD habe ich euch ja schon in extra Videos berichtet. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, die Links dazu findet ihr entweder hier oben in der Infokarte oder alternativ unten in der Videobeschreibung. Zurück jetzt zu Intel. Der sogenannte Alchemist SoC basiert auf der XE-HPG bzw. High Performance Graphics Architektur. Diese setzt sich aus den sogenannten XE-Cores zusammen, die auf jeweils 16 Vektoreinheiten A256-Bit und 16 Matrix-Einheiten A1024-Bit zusammensetzen. Vier XE-Cores wiederum bilden ein sogenanntes Render-Slice. Dazu kommen dann eben noch vier Raytracing-Einheiten, Textur, Geometrie und Rasterisierungseinheiten. Und ja, ihr habt richtig gehört. Intel will direkt mit der ersten Grafikkartengeneration schon auf Raytracing setzen. Aber damit ist noch nichtmals genug. Denn unter dem Namen XE-Super Sampling, kurz XISS, ist aus meiner Sicht eine super Abkürzung im Deutschen. Ich weiß nicht, wie man darauf gekommen ist im Marketing. Naja, ganz egal. Auf jeden Fall will Intel mit einer eigenen Super Sampling-Funktion einführen, jetzt eben als Alternative, zu NVIDIAs DLSS und AMDs FX Super Resolution. Der Ansatz gleicht dabei übrigens dem von NVIDIA. Die eben genannten Matrix-Einheiten dienen dabei der Berechnung von neuronalen Netzwerken. Es wird also jetzt kein simples räumliches Upscaling durchgeführt, sondern eben Berechnungen auf Basis von Bewegungsvektoren. Es gibt auch schon erstes Demomaterial dazu, das blende ich jetzt mal an dieser Stelle ein. Mich selber erinnert es recht stark an die erste Version von DLSS. Hier und da treten mal noch ein paar Bildfehler auf und gerade bewegte Objekte wirken dann eher unscharf und auch Texturen leicht matschig. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, die erste Version von DLSS konnte mich auch nicht überzeugen, sondern erst ab der zweiten Version, wo alles viel besser wurde. Jetzt zurück zu den Grafikchips. Das Top-Modell setzt sich aus bis zu 8 Render-Slices zusammen, die über die Memo-Fabrik mit geteilten Cache kommunizieren können. Sehr interessant dabei finde ich dann, dass Intel die GPUs nicht selbst fertigen will, sondern bei TSMC in der N6-Node in Auftrag geben wird. Laut Raya Koduri, das ist der Leiter von Intels GPU-Sparte, bietet nämlich TSMCs 6 Nanometer-Fertigungsverfahren die optimale Kombination aus Kosten, Performance und noch Produktionskapazitäten. Besonders bei letzten Kriterien bin ich dann aber echt gespannt, wie es sich dann letztendlich wirklich mit den Kapazitäten herausstellen wird. Laut meinen persönlichen aktuellen Informationen läuft die Produktion bisher so wie geplant. Bis zum Release sind ja auch noch ein paar Monate hin, deshalb bleibt letztendlich die Hoffnung bestehen, dass Intel zum Launch ein wirklich großes Kontingent in petto haben wird. Allerdings darf man an dieser Stelle jetzt eben nicht vergessen, dass ein Großteil der Grafikchips für das Notebook-Segment und jetzt auch den OEM-Markt bestimmt sind. Der Do-It-Yourself-Markt ist nämlich laut Intel der mit Abstand kleinste Absatzbereich. Die Namen für die Alchemist nachfolgenden Architekturen sind übrigens auch schon alle bekannt, nämlich Battlemage, Celestial und Druid. In mir weg ist jetzt so ein bisschen Erinnerung an die Benennung von Android, weil das ist ja auch alphabetisch benennt worden. Nur, dass Intel es jetzt halt eben nicht auf Süßigkeiten zurückgegriffen hat, sondern halt auch die Begriffe aus dem Gaming- und Tabletop-Segment. So weiter zu den bisher gesicherten Daten, die Intel auch schon bekannt gegeben hat, schauen wir uns das nächste Mal die Gerüchte um die Performance, die Leistungsaufnahme und auch die Kosten zu Intel-Ark an. Im chinesischen Forum Baidu-Tiba, keine Ahnung wie man das wirklich ausspricht, ist jetzt eine Präsentationsfolie aufgetaucht, die angeblich von Intel stammen soll. Die Tatsache aber, dass jetzt allen wieder Grafikkarten ohne das GeForce-Branding aufgelistet sind und auf der anderen Seite bei den AMD-Grafikkarten der Zusatz RX fehlt, lässt bei mir halt schon mal so ein bisschen Zweifel an der Echtheit aufkommen. Dazu kommt dann auch noch, dass eine, ja, ich sag's jetzt mal mögliche Radeon 6500XT genannt ist, die aber eigentlich noch gar nicht angekündigt wurde. Eine wiederum anders ebenfalls mögliche RTX 3050 oder 3050T ist im Vergleich dagegen nicht aufgelistet. Also von der Glaubwürdigkeit aber mal abgesehen, decken sich die in der Präsentationsfolie gezeigten Infos mit denen von anderen Leakern. So soll es nämlich wohl zwei Grafikchips geben, die in unterschiedlichen Ausbaustufen zum Einsatz kommen dürften. Der größere SoC 1 deckt dabei die TGP-Range von 175 bis 225 Watt und gleichzeitig den Preisbereich von 300 bis 500 US-Dollar. Damit könnte Intel jetzt alle Konkurrenzprodukte von Nvidia von RTX 3060 bis RTX 3070 oder auch die 3070Ti sogar noch und bei AMD von der RX 6600 bis zu RX 6700XT adressieren. Für mich noch ein bisschen interessanter ist in der zweite SoC, der SoC 2. Der ist nämlich nur mit einer TGP von 75 Watt angegeben und in einem Preissegment von 100 bis 210 US-Dollar gelistet. In diesem Preisbereich gibt es nämlich aktuell weder von AMD noch in wieder eine Grafikkarte auf Basis der aktuellen Architektur. Dazu kommt dann außerdem noch, dass bei einer Leistungsaufnahme von nur 75 Watt kein zusätzlicher Stromanschluss nötig wäre. Sollten die Grafikkarten dann trotzdem genug Leistung für Full-HD-Gaming inklusive Raytracing bieten, was ich jetzt von einer TGP von 75 Watt aber nicht unbedingt erwarten würde, aber sollte es möglich sein, dann könnte Intel hier wirklich sehr schnell Fuß fassen. So oder so sind sich die Quellen bisher einig, dass Intel auf gar keinen Fall das High-End-Segment bedienen wird, sondern erstmal nur eben das Einsteiger-Segment und die Mittelklasse adressieren wird. Ist natürlich jetzt irgendwie schade, weil ich meine, klar, man freut sich immer auf die Duelle der besten GPUs, jedes Jahr aufs Neue, aber aus meiner persönlichen Sicht ist es trotzdem der richtige Ansatz. Weil es fühlt sich jetzt zwar schon irgendwie ein bisschen komisch an, muss ich sagen, aber Intel ist auf dem Grafikkartenmarkt einfach mal der unbekannte Neuling und hat auch der Underdog. Und da kann es schon mal Sinn machen, wenn man sich halt erstmal auf der Mittelklasse konzentriert und sich da einen Namen machen will, weil in der Mittelklasse ist der Absatzmarkt einfach mit Abstand am größten. Das zeigt sich halt auch daran, dass die GTX 1060 nach wie vor die mit Abstand am weit verbreitetste GPU ist. Damit möchte ich jetzt zum letzten Punkt kommen und das sind dann die Preise. Hier gibt es natürlich noch keinerlei offizielle Information und ich muss auch sagen, die Leaker haben sich zu diesem Thema bisher sehr zurückgehalten. Das mag vermutlich daran liegen, dass es halt keine Vorgängengeneration gibt, die man in Vergleiche ziehen könnte und auch daran, dass Intel selbst noch nicht wissen dürfte, wie viel die Produkte final eigentlich kosten sollen. Zu den Karten soll es natürlich auch, ja, wenig überraschend Custom-Designs von Boardpartnern wie jetzt Asus oder Gigabyte geben. Und hier hat Intel dann letztendlich sowieso eigentlich keinen Einfluss auf die finalen Preise, weil die Boardpartnern die selber festlegen. Ich persönlich gehe aber stark davon aus, dass Intel mit recht aggressiven Preisen starten will, bis sich dann letztendlich der Name Intel Arc in die Köpfe von euch da draußen, also von euch Gamern, gebrannt haben wird. Letztendlich wird aber die Preise sowieso der Markt und natürlich die Nachfrage und das Angebot regeln. Ich muss aber sagen, ich finde es richtig cool, dass es bald einen dritten Player auf dem Grafikkartenmarkt geben wird und ich freue mich schon richtig darauf, dass ich bald die erste Intel Arc Grafikkarte in den Händen halten und auch testen darf. Hoffentlich, muss ich sagen, kann Intel das halten, was sie versprechen, weil etwas Konkurrenz auf dem Grafikkartenmarkt kann nämlich definitiv nicht schaden. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare rein, was ihr so von Intels ersten Gaming-GPUs seit 1998 erhofft. Wir sehen uns dann im nächsten Video, macht's gut, bis dann, ciao.